hey leute noch mit herzlich willkommen zu einem weiteren video vom kanal und ja super sie hat gerade eben noch mal einen weiteren sneak peek veröffentlicht und zwar wie schon gedacht den haze spell ja in ihrem twitter post schreiben sie haze spell the fastest speed boost ever at half the storage space of a rage spell ja es ist genauso wie bei den anderen dunklen ja zaubern der jeweils wieder nur ein verbraucht jeweils wieder nur einen platz also die hälfte des platzes von dem rage spell und hier seht ihr mal ganz kurz den vergleich einmal vom rage spell und vom ja speed spell oder haste spell in dem fall und ja ihr seht das wirklich schon großer unterschied es wird hier in dem video oder geladon sagt in seinem video der haze spell level 1 ist vergleichbar mit der erhöhung des speeds vom rage spell level 5 also schon ganz schön krass ihr seht doch schon wie die riesen da hart gepusht werden und ja ich bin jetzt nicht so begeistert von dem spell muss ich ganz ehrlich sagen aber ist auch wieder so eine kleine änderung vielleicht um so ein kleines bisschen dem zweiten luftfeger gegen zu wirken wenn man mit lufttruppen angreift das werden wir aber alles noch mal sehen ich gehe davon aus dass ich damit auch noch mal wieder einige andere strategien entwickeln lassen können vor allem ja wie gesagt wie dem luftfeger und ja eure meinung ist natürlich wieder gefragt ich bin gespannt was ihr dazu sagt wie gesagt ich bin der meinung dass der jetzt nicht so nötig gewesen ist der haste spell aber naja die dunkle kaserne muss ja auch mit irgendwas gefüllt werden und ja ich würde sagen eure meinung ist wieder gefragt bis dahin habt noch einen schönen tag um 17 Uhr kommt ein weiteres video bis dahin haut rein ciao